Nein, das wird mir zu blöd. Steigen wir aus. Servus zusammen zur allerersten Folge GTA 5. Ihr habt letztes Mal eine Abstimmung gemacht und ihr habt es alle gesagt, also die meisten haben zumindest gesagt, ich soll GTA spielen und das mache ich jetzt einmal. Ich probiere es einmal, ich könnte es dann noch einmal abstimmen, was euch jetzt besser gefällt. Ich habe jetzt leider keinen... Äh, Späze, geh mal raus, was macht denn der in meinem Auto drin? Komm, außer da aber ganz schnell. Ähm, ja, ihr könnt jetzt noch entscheiden, was euch besser gefallen würde, wenn ihr jetzt eher das spult. Oder jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Alter, lag habe ich lange nicht mehr gespielt. So, was euch besser gefällt, wenn ihr eher jetzt die Story spult. Da läuft einer, den hole ich mir. Schau mal, wie der möchte weglaufen. Du läufst mir schon mal gar nicht weg. Und da habe ich auch schon einen ersten Stern. Also, was wollte ich jetzt sagen? Ob ich die Story spulen soll, von Anfang an, oder ob ich doch einfach einfach so online umeinander gucken soll. Was aber eher besser ist, wenn man das mit Kumpel zusammenzockt, wo ich jetzt leider keinen gefunden habe, mit dem ich das jetzt spulen kann oder aufnehmen kann. Und auf Dauer wird wahrscheinlich das langweilig, wenn ich da bloß so ein bisschen... Hey, jetzt muss der Sonntagsfahrer, glaubst du das, wo fahrt denn der hin? Wahnsinn! Still halten. Oh, da steht auch einer. Still halten. Den treffen wir noch. Hab ich doch gesagt, dass wir den noch treffen. Geh, ich möchte ja abhauen, der Grippe. Späze, du bist bei mir in der falschen Adresse. Jetzt schauen wir erst einmal, dass wir von der Polizei abhauen. Wah! Oder ihr könnt da online einfach Missionen machen. Das ist auch das, was noch machbar war. Aber für die erste Folge, wenn man denkt, da klau ich mir jetzt einfach mein Auto. Nein, klauen tu ich mir das nicht. Das ist ja meins. Von dem her... Sechst, war sogar gräer, die Ampel. Der war auch gräer. Der war gräer gewesen, wenn der da noch nicht reinfährt. Warte, jetzt wo kommt die Polizei? Da guckt dann umeinander. Ey, Späze, aufpassen. Du schonmal gar nicht. Das Auto gefällt mir besser. Glaubt der, dass er da mit mir... Dass er mit mir Scherze machen kann? Ach du Scheiße. Nein, 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 nein! Du nicht! Das war ein Fehler. Scheiße! Nein! Ach, leck mich doch am Arsch, Alter! 1 zu 1, Späze, 1 zu 1. Okay, ich glaub der hat jetzt auf mich abgesehen. Oh, da, nein. Oh, du Scheiße, da kommt er schon wieder. Das war er doch, oder? So kann das auch gehen. Easy. Hat keiner gesehen. Ist übrigens auch mein Auto. Ich hab bloß einen Schlüssel verloren. Bloß, dass ich's wüsste. Gut. Gut. Die Ampel war natürlich wieder greer. Also ist er langweilig hier, aber kein... Jetzt ist der Baum im Weg. Späze aufpassen, gell? Späze aufpassen, gell? Hab ich ihn jetzt doffer? Durch... Wen hab ich ihn jetzt doffer? Den? Durchs andere Auto durch, oder was? Ja, aber fast keine Schlüssel gebraucht. Also das ist ja... Da möchte auch wieder jemand abhauen. Späze aufpassen. Aus der Bahn ich komme. Stopp-Schettel habe ich natürlich... Gesehen. Oh, da war ein Bus. Den möchte ich haben. Im Bus, da haut es sich natürlich noch viel schneller ab. Das ist ja voll eleganter. Den möchte ich haben. Oh, da ist auch einer. Welchen nehmen an? Welcher ist ein schöner? Ach, geh, leg mich da. Der da ist schöner. Nehmen wir den. Oh, da ist schon wieder mein Freund. Aufpassen. Ach, komm, bleib halt stehen. Depp. Ach du Scheiße, jetzt muss ich... Hey, wo schießt ihr auf mich? Passt einmal auf da. Aber der wird umgefahren. Wo schießt ihr denn hier hin? Sind denn schon wieder die Späzehn? Da ist einer. Da ist einer. Geh weg. Geh du mal ganz schnell weg. Wo ist denn da noch einer? Ist da noch einer drin? Ich sehe jetzt gar keinen. Nein, ich glaube das... Ach du Scheiße. Ich möchte den Bus haben. Bus, bleib stehen. Halt. Äh. Ach der leckt mich. Der Du bist doch ein Vollpfosten. Lass mich reinsteigen. Ich möchte mitfahren. Ja, das... Wir demidieren in den Kundenumgängen. Ah, Kunden kann man nicht sagen. Aber sagen wir mal... Ich bin Staatsbürger. Das muss... Werden wir nicht vergessen. Ich bin da natürlich in Deutschland. Das ist auch ganz klar. Bayern, das ist... Das ist in... Wo ist denn? In Regensburg. Ich fahr grad durch Regensburg. Seht man doch. Du... Jetzt... Mit so einem Kahn, da ist man einfach sauber schnell da. Komm. Wo kommen die jetzt her? Fürs erste Mal hab ich mir jetzt denkt. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Spezi. Ja. Na halt so. Da bin ich auch souverän aufgefahren. Ich bin tot. Das hätte ich nicht gesehen. Ah, da steht auch gleich wieder Auto. Äh, mein Auto natürlich. Ich hab mehrere Autos in dem Spiel. Hab ich mir natürlich schon... Alle gegönnt. Allein man lag hat der keiner. Ich sag klar. Schinter kann. Okay. Da vorn. Der... Der Spezi, der glaube ich da... Hat so ein bisschen auf Streitab gesehen. Der kassiert jetzt. Du kassierst da vorne auch. So, und jetzt haben wir schon mal einen Stern. So einfach geht das bei dem Spiel. Wo fahren wir jetzt halt hin? Wo geht... Oh, jetzt muss erstmal wieder die Sterne los werden. Die werden wir natürlich ganz easy los, indem wir noch ein paar Leute umfahren. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. So einfach geht das. Und jetzt verlieren wir schon wieder unseren Stern. 6, genau. Das ist die richtige Technik. Sag ich doch. Gesehen hat's natürlich keiner. Deswegen... Wo ist denn jetzt die Polizei? Ja, nein, ich verlier schon meinen Stern. Hm, hm, hm. Ich kann nicht über die Überfahren. Ja, easy. Die nehmen alle mit. Haben sie ein paar Kurven mehr aufgebaut. Schaut's her. Jetzt... Oh, da vorne ist die Polizei. Die sehen mich natürlich nicht. Hinter mir ist auch die Polizei. Ich kann jetzt endlich mal den... Da geht's runter. Ich möchte jetzt meinen Stern loswerden. Ah, scheiße. Jetzt hat er mich gefunden, der Hami. Hat er mich gefunden, oder hat er mich nicht gefunden? Hat er mich gefunden? Ach, der Depp fährt vorbei. Ah, was bist du... Ah, das... Die... Vollpfosten. Da sieht man es wieder. Der Ringspurger Polizei. Nichts auf dem Kasten. Gut. Gut. Dann brauchen wir jetzt einen... ...richtig... ...richtig... ...schneier... ...schnittigen... ...geiler Wong. Ich suche jetzt einmal einen und dann sehen wir uns wieder. Leck. Schaut euch das an. Da sagt es nichts mehr, gell? Haha. Habe ich mir schon das... ...schickste Stück ausgesucht. Sitze ich oben auch. Wie ein junger Gott sitze ich da oben. Schau ich auf die anderen runter. Und mache alles kaputt. Da, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Juckt mich nicht. Du. Meinst du, dass bei mir was kaputt gehen kann? Da kann nichts mehr kaputt gehen. Ohhhh. Ein Gerät. So. Und wie der zieht. Schaut euch das an, wie der zieht. Da hat man das Gefühl, dass man fliegt. Ist ernsthaft so. Nein, das wird mir zu blöd. Steigen wir aus. Ich glaube, ich kann fliegt. Ich glaube, ich kann fliegt. Fliegt und siegt. So, dann gönnen wir unser Auto. Warte, wenn noch einer vorbeifährt. Oh, okay. Ey. Pfff. Haha. So einfach geht's. Oh, der ist ja noch schöner. Alter, den muss ich nicht mehr machen. Mächtig haben. Der fahrt mir jetzt über drüber. Jetzt fahrt. Ah, ja. Du gehst jetzt her. Du fährst mir über drüber. Gut, Alter. Steig einmal aus. Steig aus. Guter Mo. Ich verliere schon wieder meinen Stern. Also, da kann man nicht Sterne sammeln bei sowas. Dann sammeln wir den da vor uns rein. Tut mir leid. Nehmen wir mit. Dann haben wir einfach mal ein Radiosender wechseln. Du gehst einmal. Hör, woher haben wir jetzt die drei Sterne gesammelt? So einfach kannst du gehen. Mit so einem Kahn auf eine Verfolgungsjagd gehen. Nicht meine beste Idee. Aber jetzt haben wir schon dabei. Dann nehmen wir so. Da drifft man natürlich souverän rum. Da Slalom vorbei. Ja, du wärst nicht gekommen. Da hätte ich rumgefahren können. Was möchtet ihr jetzt her? Hösterznä. Hösterznä. Alter, wie das schnurrt! Schnurrt wie ein Kätzchen. Immer noch 3 Sterne. Hösterznä. Hö! Das schaut nicht mehr so gut aus. Aber für... Hösterznä. Aber für euch gelang das. Gelang das noch? Flieg! Let's go!